Die Simps 4 Tag, das Wochenende ist vorbei und Maya schwimmt ein bisschen herum und wird vielleicht hoffentlich heute befördert. Und sie hat jetzt wieder ausgedrehtelte Schuppen, die Arme. War wohl ein bisschen zu lange unterwegs gestern. Hugo kann vielleicht auch noch essen und was malen. Und, oh, bei drei Gesellschafts-Eignissen Silber verdient. Wofür haben wir denn nochmal Silber verdient? Zwei Stunden bis zur Arbeit. Vielleicht wird sie auch befördert. Die Leistung ist eher und du hast noch zehn Stunden bis zur Arbeit. Schatzjäger, ausgezeichnet. Du bist ganz oben angekommen und mehr brauchst du auch nicht. Ich finde das ganz schön, so als Ausgleich für dich. Als Ausgleich für Hugo. So, du hast auch in der Stunde Arbeit und Maya, du gehst jetzt bitte zur Arbeit. Candy muss noch nicht. So, ein Landschaftsgemäle malen. Boah, guck mal, sie sind schon Paare, die voreinander Pipi machen gehen können. Das können auch nicht alle... Ah, wir haben eine Kokosnuss! Wir haben eine eigene Kokosnuss. alles ernten von den Kokosnüssen. Ist die schwanger oder dick? Du bist eine Seniorin, dann wird sie wohl nicht schwanger sein. Honig sammeln, mit den Bienen verbünden. Und Honig verkaufen. Gartenfähigkeit erworben. Wir haben... Quatsch und Filus. Uah! Uah! Fünf Kokosnüsse! Uah! Wir haben uns jetzt mit den Bienen verbündet. Das wollte er ja schon die ganze Zeit in der Mitte beenden. Das sieht ja freundlich aus. Was ihr da tut. Hast du den Honig? Honig verkaufen, mein Engelchen. Aber er ist auch noch glücklich. Gestochen noch, noch zwei Stunden. Sieht richtig professionell aus, wie du das tust. Candy ist zur Arbeit. Wo rum? Richtig gut aus, wie du das machst. Oh, guck mal. Wir haben... was vergessen. Als wir das... Zimmer... gemacht haben. Fliesen können wir das nicht. Ähm... Hier. Ja. So. Jetzt sieht es in der Asien-Strandhaus, ne? Genau. Und verdorbenes Essen aussortieren. Du kannst kochen. Ähm... Du bist ja auch kein... Nicht von gestern. Ein Bratfisch. Kannst du kochen? Ähm... Was für eine Portion habe ich denn gemacht? Lapsidapsi. Du brauchst ja nicht nur für dich kochen. Das wäre ja irgendwie ein bisschen egoistisch. Level 3 bist du schon ein Bratfisch. Hallo. Welche Größe soll er machen? Kochen? Wird mir nicht immer gesagt, dann die Größe? Ach, nur hier. Na gut, dann mach Pfandkuchen. Bevor du weiter malst dein Landschaftsgemälde malst. Wir haben noch kein... Oh! 1147 Simoleons Rechnung. Wir haben noch kein einzig ausgezeichnet Gemälde fertiggestellt. Bild. Jetzt wird Essen unmummelt, aber ich weiß gar nicht, ob du Hunger hast. So großen... Nee, eigentlich nicht. Brauchst du gar nicht essen. Mach nur dick, wenn du isst, ohne Hunger zu haben. So lieber Hugo. Mal mal schön dein Bild. Hugo hat gerade ein Meisterwerk. Boah! Fertiggestellt. Davon können wir unsere ganze komplette Mieto bezahlen, Hugo. ja, verkaufen war. Perfekt. Großartig, Hugo. Damit sind es schon zwei von 10. Und wenn es so weiter geht, wann kommst du denn wieder, Maya? Bei der Arbeit bis 16 Uhr. Und du, meine Liebe, du bist bis 17 Uhr bei der Arbeit. Das ist gar nicht witzig. Kann ich verstehen. Maya wurde nicht befördert. Das ist deprimierend. So, Maya. Du! Telefon. Du. Puh. Ähm. Restaurant kaufen. Foto machen. Nee, nee, nee. Wir wollen eine Verabredung bitten. Und zwar Cale. Hi, Cale. Hier ist Maya. Ja, die von gestern. Genau, die von den Hennertattoos. Cale. Mh. Hast du Lust, mit mir irgendwo hinzugehen? Wo du und ich wollen wir irgendwie in die Bar? Gehen wir in die Sandbar und machen es uns wunderbar hier in die Sandbar. Machen wir uns einen schönen Abend. So, da sind wir auch schon. Ähm, du möchtest flirten mit deiner Tagverschönern. Ähm, kennenlernen. Du möchtest flirten mit deiner Verabredung. Du möchtest gerne jemanden küssen. Das ist auch vollkommen okay. Sie hat sich sogar schick angezogen. Eine 3 Charisma-Fähigkeit. Der Name ist Su. Tiefgründige Unterhaltung. Ähm, romantisch Händchen halten. Ist auch ein Kind des Meeres. Bewunderung ausdrücken. und lustige Gesichter schleuden. Ähm, Insiderwitz Huro ist zur Arbeit. Und Candy hat Geld mitgebracht. Und wir knüpfen mit unserer Verabredung ganz, ganz viele Kontakte. Und wir müssen uns hinsetzen und mit unserer Verabredung sprechen. Können wir hier nur Kleinigkeiten essen, zusammen sitzen? Oh, er lacht ganz dolle. Ja, ja, ja. Er findet uns ganz witzig. Er findet uns so witzig. Wir sind natürlich auch witzig. Essen bestellen. Oh, ich würde lieber hier was bestellen. So eine Tropengemüseplatte anstatt mich mit dir hinzusetzen. Wir setzen uns nicht hin. Befehl zurück. Wir bestellen Tropengemüseplatte. Was immer das ist. Das sieht ja lecker aus. Okay, du kriegst nichts. Und jetzt können wir zusammensitzen. Jock da mal hin, bring mal in die Bar dein eigenes Essen mit. Das ist immer super gern gesehen. pack mal auf, dass die dich nicht rausschmeißen. Na ja. Guck mal, jetzt sitzen wir zusammen. Ja, perfekt. Und da sind Mühner schmeicheln. Im Herzen kommen sie das Kompliment machen. Ähm. Flirten. Wom geht die wieder? Zusammensitzen. Hier sitzen und plaudern. Irgendwie sowas vielleicht. Es ist ja nicht explizit von einem Tisch, die Rede. Und wir müssen auch nochmal flirten. Romantisch flirten. Äh, flirten. mit dem Kale. Verabredung eine Geschichte erzählen. Ach, das zählt jetzt als sometimes eine lustige Geschichte erzählen. Mh. Bitte nur Freunde zu sein. Nein, nein, nein. Romantisch flirten. Mh. Flirten. Mh. Ach, Simisch. Eine wunderbare Sprache. Eine ganz wunderbare Sprache. Und die verstehen sich so gut. So gut, so gut, so gut. Das ist super. Das ist großartig. Schwabi noch Schwabash. Also manchmal wisst ihr auch zu gerne, was das heißt. Tiefgründige Gespräche führen. Gestehen sich angezogen zu fühlen. Freundlich. Mh. Äh, Geheimnis aus Plaudern. Und er hat uns Fruchtgummi Gubi beschrieben. Super, danke schön. Das wollte ich auch schon immer haben wissen, den Fruchtgummi Gubi. Tiefgründige Unterhaltung einmal. Und Simba Krikow. Ich würde zu gerne wissen, was sie da reden. Und du möchtest ihn küssen. Bula, 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 Bula. Und wir möchten auch, dass du ihn küsst. Süßes Kleid übrigens, Maya. Oh, hallo. Hallo, Kaye. Knutsch. Aber ihr habt euch geküsst. Ja. Leidenschaftlich küssen. Grrrr, es ist Bärennacht und Hugo hat heute Geld mitgebracht. Kuss der Mährjungfrauen. Los, Knutsch ihn mal, wie die Mährjungfrauen knutschen würde. Erster Kuss. Oh. Mua. Oh, ihr seid süß. Ist da ein Regenschirm? Regnet es? Es regnet. Es kann auf dieser Insel auch regnen. Ja. Wir haben uns eine Belohnung verdient und gehen nach Hause zu unseren anderen. Oh, sie ist so glücklich. Schöne mal ein bisschen im Meer rum herum. Ja, sie sich freut. Okay, bist du nur. Okay. Ja, du bist voller Elan, meine Liebe. Dann geh dann nochmal duschen. Hugo hat Essen gemacht. Hugo, wo ist dein Essen? Bestimmt wieder in deinem Inventar. Dann vergammelt's. Was gibt es denn ein Gericht? Hamburger. Ausgezeichnete Qualität. Du wirst halt auch immer besser, ne? Guck mal, dann darfst auch nochmal ein Spiel spielen. Sims Forever. Ich kenne das Gefühl, wenn man Sims schmillen möchte. Ich glaube, es gibt viele Menschen so auf dieser Welt, die gerne das spielen. Das ist noch gut. Oh, diese Musik ist so schön. Und dann kannst du es an Sammler verkaufen. Zieh das auch als Bild. Drei. Ja, perfekt. Und dann bist du ein bisschen müde. Ein bisschen sehr müde, Hugo. Dann geht es für dich ins Bett. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn erwachsene Menschen auch um halb zehn ins Bett gehen. Er tut ganz schön viel gemalt. Jetzt schlafen ist auch wieder warme Kleidung. Flusen Filter reinigen. Pipi Pause und ins Bett. Mei, muss in einer Stunde zur Arbeit, aber so ein paar Auffahren gucken, da kann man nicht dran vorbei. Du darfst duschen und dann darf auch Hugo essen. Danke, dass du die Wäsche gemacht hast. Setz dich mal wieder mit an den Tisch und interagiere sozial, Candy. Hallo! Lecker 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 Wannkuchen mit ganz ganz viel Warum stehst du auf? Warum macht ihr das Plaudern? Ist das euer Ernst? Na, was macht ihr? Wo gießt ihr sollt essen? Gut, ich freue mich ja, dass ihr beide euch versteht. Weißt du, vielleicht muss ihr auch nochmal wieder Party machen, ne? Und wann werdet ihr eigentlich nicht befördert? Weiß ich nicht, zwei Minuten bis zur Arbeit. So, du darfst, du darfst und du isst erst mal was und dann darf Hugo auch malen. So, Hugo. Zeit, ein bisschen Wäsche einzusammeln und dann ist es Zeit, ein mittelgroßes Pop-Art-Gemälde zu machen. Und die sind ja noch nicht zum nicht voll, 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 oh, 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 ich muss ja schon wieder was reparieren. Das ist erschrecklich. Kann man eigentlich irgendwie was Level 5, Level 6, Level 7, Level 6, Level 8, boah, voll heftig. Und hier irgendwie 7, 7, 5. Warum ist das alles so hoch zum Verbessern? Das macht ja gar keinen Spaß. Verbessern, überragende Spülung hinzufügen. Ja, aber verbessern würde ich erst, wenn wir teurere Sachen haben. Maya wurde schon wieder nicht befördert. Da hätte ich auch langsam keinen Spaß mehr. Geh mal ins Wasser, schwimm mal herum. Wird mal deine Meerjungfrau. Das sieht ja gut aus. Falle überprüfen, Falle überprüfen, Falle überprüfen. Schwimm mal hin und überprüfe die Fallen. Mach das mal ganz schnell. Sieht so anstrengend aus, so zu schwimmen. Nicht einsatzbereit. Achso. Ja, warte, dann brauchst du die anderen auch gar nicht überprüfen. Präparieren mit Buntbarsch, äh, himmlischer Zickendickel und Kopie. Und ein Spaß steigt nicht. Ah, aber Candy wurde befördert und ist jetzt Bekleidungsanalytikerin. Ein digitales Grafikbrett. Boah. Mamara, Tantiki, Dori, juhu. Da ist der Hochzeitsbogen, möchte ich dazu irgendwas sagen. Dori? Wir haben Dori gerufen, aber Dori spielen. Ähm, Sollten wir Maya sagen, dass sie sich ihren Delfin nur einbildet oder sollten wir das lieber lassen? Wir lassen es mal lieber. Aber wir feiern einfach nochmal eine Party. Einfach nur, weil wir es können und weil sie das noch braucht. Sie will nämlich Partylöbel werden. Ihr Spaß ist sonst irgendwo nirgendwo. Also veranstalten wir einfach eine Hausparty für 100 Simoleons. Wir sind dann der Gastgeber mit Maya zusammen. Und Gäste brauchen wir auch. Was für eine Überraschung. Ähm, wir laden einfach alle ein. Mehr Menschen kennst du auch gar nicht. Supi, bei uns zu Haus, genau. Was wünschst du dir? Gruppenversammlung einem Berufung glücklich werden. Jetzt bist du auch schon wieder verspielt in deinen Party-Klamotten. Maya ist immer noch mit ihrem Delfin beschäftigt. Maya, du könntest mal bitte zurück ins Haus gehen. Dann ist Dori wohl verbackt. Speisenessen. Wir machen schnell Abendessen servieren. Gortensalat. Maya geht ins Haus und lädt ein auf aktuellem Grundstück rumzuhängen. Da laden wir ein dich. Können wir nämlich auch ein bisschen flirten. So. Macht mal Party Party Lieben. Herzlich willkommen. Ich klingel. Ja, natürlich. Er möchte vorbeikommen und bei uns abhängen. Kann der Junge den Gedanken lesen? Passt ja gut. So. Geh mal freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Wann haben wir denn ne also die die mixt sich was. Ich dachte, wann haben wir ne Barkeeper reingestellt? Wann ist denn das passiert? Kale? Juhu! Wir erwarten dich. Besuch uns. So. Da wird noch gekocht. Freundlich vorstellen. Dann braucht sie noch ein Party Outfit. Nicht, das ist ein Ausgehoutfit. Das wollen wir gar nicht anziehen. Wir wollen Outfit ändern. Und zwar das wollen wir anziehen. Kale? Das geht doch sonst immer viel schneller. Sonst laden wir ihn auch nochmal ein, auf aktuellem Grundstück rumzuhängen. Geht nicht. Dann ist er schon hier. Na, vielleicht steht er ja gleich. Da ist er, da! Kale! Juhu! Herbeirufen. Komm her! Warum kommst du nicht her? Warum stehst du da im Gebüsch und spielst Gitarre? Pfui, pfui, pfui. So. Speisen essen. Ich werde mal freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Ihre Freunde sind auch deine Freunde. Und du Candy. Oh, dir viel Spaß. Äh, lustig einen Witz machen. Und lustig noch einen Witz machen. Ähm, lustig. Noch ein Witz. Man kann auch immer einfach nie genug Witze machen. Gut, das haben wir schon mal erfüllt. Speisen essen. Leute, ihr esst doch gerade Speisen. Spiel möchtest du mich eigentlich veräppeln? Zum Essen rufen. Vielleicht so. Du darfst bitte mal spielen. Kayle. Kayle, komm her. Kannst du mal bitte romantisch flirten? Eine Speise wurde gegessen. Hugo ist da. Jupjup. Das ist gut, Hugo. Du darfst einmal bitte ein Spiel spielen. Sport, Spaß. Düt, düt, düt. Seht das? Ja, als Spiel. Ähm, verdorbenes Essen. Nur verdorbenes Essen. Ausgezeichnet. Ein Gericht nehmen. So. Ja, jetzt kommst du rein mit Kayle. Das finde ich doch schon besser. Die dürften nämlich flirten für den silbernen. So, ganz viel. So, und du darfst auch mit dem Fuge flirten. Romantisch flirten. 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 Flirten ist weg, wenn ich streichel. Kuchen essen. Woher soll ich denn jetzt ein Kuchen zaubern Spiel? Hä? flirte mal bitte mit ihm. Einen haben wir schon. Ähm. Nochmal. Kayle, du brauchst gar nicht... Oh Gott, ist der süß. Kayle, du brauchst gar nicht aufräumen. Ist der ordentlich, der süße, oder? Warum tut er das? Zwei von fünf. Flirten. Immer noch zwei von fünf. Romantisch flirten. Ugo. Romantisch flirten. Komm, wir haben schon drei von fünf. Ähm. Machst du das jetzt kaputt, hm? Kochen. Schoko Kuchen. Mama Schoko Kuchen. Und ihr flirtet noch. Warum ist denn Spaß niedrig bei dir? Romantisch sind sich küssen lassen. Ja, sollte man auch hinkriegen. Küssen. 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 Los. Maya macht Kuchen. Maya macht du Kuchen? Maya macht keinen Kuchen. Maya macht keinen Kuchen kochen. Kuchen. Schoko Kuchen. Los Maya. Wo ist Hugo? Da ist Hugo. Küssen. Küss ihn. Romantisch ein Kusshauchen. Der Geist von Vivan verschwindet. Vivan ist tot. Woher kennen wir Vivan? die Zeit ist gleich abgelaufen. Romantisch Kuss. Romantisch Küssen. Schneller. Leute, da steht Kuchen. Romantisch Küssen. Zum Essen rufen. Schneller. Küsst euch doch bitte. Das macht mich noch wahnsinnig. Los, küssen. Du gehst nicht ins Bett. Da ist Kayle. Küss Kayle. Küssen. Küssen. Nein. Nur nach neun Minuten. Küss ihn. Los. Gut, ein Kuss gehauft, aber er ist sauer auf uns. Küssen, küssen. Eins. Perfekt. Und küssen. Können wir sie einfach küssen? Küssen. Oh, mit Bronze. Ach, ihr seid doch alle doof. So, ihr seid doch alle doof. Fast nicht geschafft, ne? Also, ich würde sagen, gar nicht geschafft. Blöcker spielen. Müssen wir besser, besser vorbereiten. Müssen wir besser vorbereiten. Blöde Partys. Aber wenn man halt auch mal nicht durchkommt, schlafen. du isst noch. Geht ruhig alle, das ist okay. Hör auf, aufzuräumen. Das mache ich, dafür kriege ich Geld. Tschup. Auch Kayle darf gehen. Aber das ist ja eigentlich nicht meine Verantwortung, wie ein Champion pieseln und ganz schnell schlafen gehen. Hat leider nicht funktioniert. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verlassen wir unsere Lieben auch schon wieder und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt Let's play die Sims 4 in sie leben. Tschüss.